Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mica Caravan in Dingesbühl. Heute möchte ich euch so ein bisschen zeigen, was mit dem Ahorn geworden ist bzw. wie wir da den Wechselrichter verbaut haben und auf ein paar kleine Details euch hinweisen, wie man sowas machen kann und wie das ausschaut, wenn es dann letztendlich ins Endstadium geht. Und zum Zweiten möchte ich mich, also Samstag war mega, ganz, ganz mega liebe viele Kunden da und unter anderem haben wir wieder, ich muss euch das einfach zeigen, weil dafür gibt es eigentlich gar keine Worte, da nehme ich euch mal auf die Hand. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal durch, bitte nicht wundern, hier ist kein Licht an, weil es ist Sonntag, schaut euch mal diesen Korb an. Ist das nicht Wahnsinn? Also das sind mega liebe Kunden und also ich bin echt sprachlos und ich sage da nur ganz, ganz, ganz lieben Dank für diesen Korb. Also der schaut so lecker aus, da läuft eines Wasser im Mund zusammen, guckt euch das an. Von Wein über Sekt, über Öl, über ganz leckere, wow, also Hammer. Ich muss sagen, das hat mich echt sprachlos gemacht und hat mich richtig geblättet. Das sind nämlich die Momente, wo ich so ein bisschen, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen sensibel gesteuert und habe da ein bisschen Wasser im Auch. Also ich fand das einfach grandios und mega lieb und das sind ganz, ganz liebe Menschen und nochmal an der Stelle, weil ich weiß, ihr guckt auch dieses Video und nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese Aufmerksamkeit. Ihr seid verrückt, es ist echt Wahnsinn. Mega. Also an jeden einzelnen Bissen, was wir hier aus dem Korb nehmen, weiß ich, werden wir an euch denken. Super, super lieben Dank. Echt geil. Ist das nicht Wahnsinn? Und wir haben einen neuen Ehrenplatz und zwar hier, guckt euch, da hängt er. Also das ist ja ein Hund von den Kunden, wo auch der ganz, ganz liebe Korb her ist und der, ich bin ja total verliebt in den, der guckt so süß. Also der hat jetzt hier einen Ehrenplatz bei uns gekriegt in der Galerie. Ach, schaut ja nicht süß aus, das Gesichtle. Also echt mega. Nochmal ganz, ganz lieben Dank. Also echt mega geil. Hat uns echt mega überrascht. Und hoppaleit, schauen wir mal, dass wir das wieder richtig hinkriegen. Jawohl, da sind wir wieder. Und ich sage ab in die Werkstatt und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Bitte nicht wundern, dass noch kein Licht an ist. Wir haben wieder mal Sonntag. Aber das Auto muss fertig werden. Und ich zeige euch, wie es weitergeht. So, jetzt sehen wir mal, wie weit der Kasten schon fortgeschritten ist. Ich nehme euch jetzt extra mal so ein bisschen mit, während den Zwischenschritten, wie sowas ausschaut. Hier haben wir mal die Plusverleitung verlegt. Wir machen hier zwei Sammelschienen drauf. Einmal Plusverteilung, einmal Minusverteilung. Da hinten haben wir dann auch schon das Minuskabeling, wo wir angeschlossen haben. Hier kommt jetzt der Wechselrichter noch dazu. Und dann wollte ich euch hier einfach mal zeigen, so krimpen wir dann dementsprechend die Schuhe drauf, damit es sauber ausschaut. Natürlich kommt dann noch der Schrumpfschlauch passend rüber, damit hier keine Kontakte mehr stattfinden können. Und dann wird das Ganze wieder angeklemmt auf die Sammelschiene. Sicherung und so weiter verbauen wir im Innenraum, weil der Wechselrichter soll natürlich, oder die Sicherung soll leicht zu erreichen sein. Und das machen wir dann im Innenraum dementsprechend. Bitte nicht wundern, hier stehen noch die ganzen wilden 230 Volt Kabel. So waren die ja hier alle zusammen. Ihr seht es in den hier vorhandenen Verteiler. Das machen wir alles neu. Das schaut hier so aus mit den komischen Listerklemmen da, die ich aber hier nicht verbaue. Weil Listerklemmen, alles was verschraubt ist im Auto, ist immer so ein bisschen schwierig. Ja und dann kommt hier noch der Schrumpfschlauch drüber. Und das wird natürlich alles anders gemacht, weil die 230 Volt Verteilung, das muss alles, schau doch mal hin, das ist richtig alles aufgesplissen. Das war einfach alles zusammengedreht. Und das machen wir natürlich anders. Dann haben wir auch hier ein wildes Kabel. Wenn ich sowas sehe, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das war alles hier zusammengedreht und dann war die Listerklemme hier drüber gestülpt. Und ja, das machen wir alles anders, damit das Hand und Suß hat. Dann kommen auch andere Verteiler rein, damit das alles ein bisschen schick ausschaut. Ich meine, ich kann jetzt nicht den ganzen Kasten neu machen, weil da hinten sehe ich, da sind auch keine Schrumpfschläuche drüber. Ich meine, alles kann ich jetzt nicht neu machen, weil sonst bin ich hier noch Stunden beschäftigt, muss ja auch fertig werden, das Fahrzeug. Ja, soweit sind wir und ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich einen Schritt weiter bin und dann guckt mal wieder zusammen da rein. So, jetzt sind wir hier bei dem Kasten soweit durch. Jetzt wollte ich euch ja mal zeigen, wie das Ganze hier ausschaut, wie wir das jetzt hier gestaltet haben. Hier haben wir ja unsere neue Batterie. Natürlich wichtig, dass wir die Pole hier schön absichern. Auch da hinten natürlich wird es schön abgesichert. Wir nehmen hier immer so eine feuerfeste und wärmefeste Paste, die man da schön drüber machen, die man ohne Probleme wieder wegmachen kann. Ist so eine Art Knetgummi, da passiert nichts. Das ist ein dicker, fetter Berührungsschutz, damit man da eben einfach nicht hingeht. Das formt man schön drüber, schaut sauber aus und ist hier so ein richtiger cooler Berührungsschutz. Weil wir müssen da natürlich, da hinten, ihr seht, da sind die ganzen Sicherungen, da muss man hin, wenn mal was ist. Und ja, somit haben wir das hier gemacht. Dann haben wir hier natürlich jetzt Plusverteiler, Masseverteiler. Hier einen schönen Kabelkanal durchgezogen, wo dann die ganzen Kabel drin laufen, damit das alles ein bisschen aufgeräumter ausschaut in dem Kasten. Hier haben wir die Zugangmasse für den Masseverteiler. Hier haben wir Zugang Plus für Plusverteiler. Und dann gehen wir mit unserem Wechselrichter da hinten durch mit zwei fette Kabel. Hier haben wir jetzt unsere Netzeinspeisung und hier haben wir unsere 230-Volt-Verteilung. Sauber, anständig, dementsprechend verteilt mit Vago-Klemmen und die Listerklemmen rausgemacht. Dann hier überall Zugentlastungen hingemacht, damit entsprechend, wenn mal hier was gearbeitet wird, nichts passiert. Das ist auch ganz wichtig. Ich meine, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, da hinten die ganze Verdrahtung. Ich kann nicht alles neu machen, weil das kann ja kein Mensch zahlen. Also das muss man ein bisschen aufpassen. Bloß unsere Arbeit, was wir halt gemacht haben, das muss dann auch dementsprechend halt sauber sein und gewährleistet sein. Und jetzt gehen wir dann in die Innenseite und verpflastern den Wechselrichter. Den müssen wir jetzt noch anschließen und dann sind wir mit dem Fahrzeug auch schon durch. Hier ist, wie gesagt, alles soweit fertig. Und jetzt gehen wir dann ins Innere des Fahrzeuges und machen den Rest. Und da hole ich euch dann natürlich wieder dazu. Wichtig ist auch hier durch den Durchbruch, wenn wir hier dann durchgehen, durch die scharfen Holzkanten überall, damit natürlich überall diese Schlauchsicherung da drauf ist, damit dem Kabel nichts passieren kann. Das ist immer ganz wichtig, damit es auch wirklich alles safe ist. Dann ziehen wir noch einen Temperaturfühler durch, natürlich für den Lithium-Akku. Der kommt auch noch. Und dann sind wir eigentlich hier soweit durch. Ich hole euch wieder dazu, wenn wir innen drin fertig sind und wie man das dann im inneren Raum gestaltet. So, jetzt sind wir hier wieder einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier den Wechselrichter und alles angeschlossen und haben auch den Fi verbaut. Hier haben wir die Wechselrichter-Sicherung verbaut. Jetzt machen wir den Kasten nur schön und verbauen hier noch das Display. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. So, so schaut das Ganze jetzt fertig aus. Jetzt haben wir den Deckel auf die Sicherung drauf gemacht, die ganzen Kabel noch anständig verzurrt und mit Schutz versehen, damit hier nichts weiter passieren kann. Hier haben wir den Fi-Schalter und jetzt versuche ich hier mal rüber. Da komme ich nur von außen ran. Hier haben wir zwei Druma-Auslässe reingemacht, also sprich Entlüfter, damit auch dementsprechend der Wechselrichter richtig Luft kriegt. Das ist ganz wichtig, damit eben da nichts passiert. Dann machen wir jetzt innen drinnen noch die Flügel raus, damit er entsprechend wirklich das Teil auch richtig Luft kriegt. So, die kommen natürlich raus und jetzt kann man hier richtig durchschauen. Genau, und der kriegt richtig Luft, wenn er arbeitet. Ja, und somit ist das Projekt hier sauber abgeschlossen. Und so verbauen wir im Prinzip den Wechselrichter, damit es alles Hand und Fuß hat. Jetzt wird das Fahrzeug noch geprüft und gereinigt haben man schon. Schaut wieder sauber aus. Ja, und dann ist es hier somit abgeschlossen und schon wieder fertig. Ja, so haben wir, oder so verbaue ich den Wechselrichter. So haben wir den Batteriekasten ein bisschen aufgehübscht und anständig verkabelt. Der Ahorn ist jetzt fit, der Wechselrichter ist drin. Geprüft haben wir mittlerweile, gereinigt haben wir und sauber ist alles gemacht. So geht er jetzt raus und wird dem Kunden wieder übergeben. Und jetzt starten wir das neue Projekt Malibu und da mache ich dann ein spezielles Video drüber, weil da wird richtig viel verbaut und da kommt richtig was rein. Da haben wir heute schon ein bisschen vorgearbeitet, da freue ich mich schon drauf, wenn ich euch das präsentieren kann. Zum nächsten habe ich einen kleinen Wettbewerb mit dem Camper Tobi und er weiß noch gar nichts, dass ich das hier in dem Video mitteile. Und zwar haben wir beide ja einen Instagram-Account. Und ich bitte euch, wenn ihr Lust habt, bitte abonniert uns auch auf Instagram, weil der Camper Tobi und ich, wir haben dazu ziemlich das Gleiche und wir machen so eine kleine Aufholjagd. Und ja, mich würde es einfach freuen, wenn ihr ihn so ein bisschen einholen könnt. Ich schiele gerade drauf, weil ich habe da so eine Anzeige. Ich zeige es euch mal. Aktuell haben wir 2010 Abonnenten. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn da noch ein paar dazukommen würden. Aber hier geht es echt um einen kleinen, wie soll man sagen, Wettkampf? Nein, Quatsch, um einfachen Spaß. Also wenn ihr Bock habt, also gerne uns auch auf Insta abonnieren, würde ich mich tierisch freuen. Über ein kleines Like natürlich auch hier auf YouTube. Bitte fleißig in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Umbau haltet, wie ihr das seht. Ob das so auch in eurem Sinn ist, ob ihr auch da mit, ja, oder noch Anregungen oder wie auch immer. Und dafür schon mal vielen Dank. Und dann erinnere ich euch natürlich wieder und immer wieder, weil der Endspot läuft. Hier haben wir nur ein paar Euro zusammengekriegt. Heute sind schon wieder ein paar, ich glaube, 120 Euro reingeflossen. Ganz, ganz lieben Dank. Ich kann immer nur sagen, ich bedanke mich dafür. Ich bin schon ganz aufgeregt. Freitagabend nach dem Geschäft geht's los. Wir fahren spätabends los. Wir treffen uns Freitagnacht noch mit Frank Depping, der auch einen YouTube-Kanal hat, der auch fleißig mit da dazugeholfen hat, damit wir ein paar Euro zusammenbringen. Und der hat auch nur eine kleine Überraschung dafür. Und wir haben jetzt auch wirklich eine, ja, wie soll man sagen, bedürftig hört sich blöd an, aber eine Familie, die es wirklich, 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 wirklich benötigen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auf alle Fälle dabei seid. Wir fahren Freitagnacht los. Und wir werden dann Samstag die Übergabe machen. Und wir werden da Freitag spätnachts ankommen. Samstag werden wir uns dann besprechen und dann zu denjenigen fahren. Und ihr seid natürlich dabei, damit ihr auch seht, wo das Ganze auch hingeht. Ich blende unten nochmal unsere Kontonummer ein und sage jetzt schon ganz lieben Dank. Natürlich freue ich mich auch, whoops, hier bin ich wieder, über ein kleines Abo. Da sage ich immer, ist so ein bisschen die Bestätigung für das, was wir hier tun. Und ganz lieben Dank euch. Bis dahin sage ich schon mal ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Bleibt mir gesund. Und ganz liebe Grüße aus Dingesbühl und auf alle Fälle bis bald. Macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Video.